Aber Elektro-Infos haben wir nochmal gefunden. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr big. Vielleicht hat ja der Doktor jetzt noch eine mega coole Idee, wenn sie ihm nicht schon irgendwas gespritzt haben, sodass er jetzt instant die Echse wird, wenn wir ihn da rausholen. So. Kennst du diese Bestie? Oh, shit. Kayser-In. Er heißt Kurt Connors. Kayser-In. Er ist ein guter Mensch. Oh, es ist uncool. Es gibt keine guten Menschen. Nur gute Beute. Er ist so ein kranker Typ. Wow. Bitte, bitte. Sorry, sind spät dran. Ja, seid ihr. Oh, oh. Seid ihr zwei okay? Jetzt ja. Es gibt ein Labor. Im Atrium. Vielleicht gibt's da eine Probe des Serums. Mir bleibt nicht viel Zeit. Wir verschaffen ihn welcher. Den Hügel rauf. Das Glasgebäude. Bitte. Schnell. Wir machen den Weg frei. Halte durch. Wen spiele ich jetzt? Peter. Okay. Dann gehen wir erst mal rein hier. In die Ranges. Zack. Sehr schön. Jäger sind doch eindeutig lebensmüde. Erst Turmstone, jetzt Lizard. Sie machen wohl nur die Drecksarbeit für ihren Boss. Die müssen ein dickes Gehalt kriegen. Wer macht jetzt unangebrachte Witze? Du lernst schnell. Hahaha. Ja, Mann. Da lernt er schneller als Miles, muss man sagen. Aber das ist mal wieder, und wenig überraschend, maximal beschissen gelaufen. Gut, dass wir damit Erfahrung haben. Oh, schön die Hundis in der Luft boxen hier. Okay. Aufpassen, aufpassen. Überall sind Pfeile. Oh mein Gott. Gut, dass Harry dabei ist. Ich freue mich. Und diese Elektronetze in der Luft, die sind auch maximal ungeheul, muss ich sagen. Oh. Schön hier mal ein bisschen was in die Luft schießen. Aber ich bin gleich hin, wenn es so weiter geht. Diese gottverdammten Elektro-Pfeile. Oh, Junge. Ich brauche dringend eine Heilung. Geht weiter. Aber vorsichtig. Dringend eine Heilung. Immer noch sehr dringend. Zudringend. Das war... Jo, da kam noch wer geflogen. Das waren gerade ein bisschen sehr viele Pfeile auf einmal. Wow. MJ, geht weiter. Aber vorsichtig. Geschafft. Wie. Ah, die kommen jetzt erst angerannt. Und gerade hatten wir alle auf einmal, ne? Das war nicht das beste Timing. Dann sollten wir gucken, dass wir trotzdem möglichst gut dodgen. Wir haben sogar ihre Haustiere mitgebracht. Und vielleicht in der Luft bleiben. Jo, schön bouncen. Sehr, sehr gut. Sonst ist das wie auf Rummel gleich. Sobald wir den Highground behalten, ist komplette Eskalation. Ungeheul. Zack. Schön in die Luft mit euch. Sehr gut. So, jetzt haben wir auch eine Heilung. Können wir den mit runterziehen. Ja, in den Hundi rein. Uh, das schmeckt. Das schmeckt. Ja, und los geht's. Der Elektronetz ist weg. Wir können rein. Ganz andere Fight gleich. Junge, weh. Uh. What is happening? Wie geschafft ihr? Dann noch Viecher rum da oben. Ja, zack. Gleich die nächsten. Aber Craven selber will noch nicht, ne? Irgendwie hat er noch keine Lust auf die Spinnenbeute. Was mache ich denn hier? Junge, oh Gott. Nicht gut. Wir müssen die Typen schnell loswerden. Ja. Besser ist das. Sehr schön. Ihr werdet dem Meister nicht den Abend ruinieren. Oh, Elektronetz wieder. Also echt. Was hat er denn gegen eine überraschende Wendung? Oder? Wow. Es werden mehr. Ich kann das nicht nochmal. Aber wir müssen los. Einfach ich jeden Montag. Ich bin die Spinne. Oh, MJ versucht ihn zu beruhigen da drüben. Bisschen Mantra-artig. Hey, los. Sehen Sie mich an. Aber wir räumen gut auf. Es ist sehr viel los immer noch. Aber Harry macht ja tatsächlich auch Schaden. Was sehr big ist. Bin ich von vielen Begleit-NPCs gar nicht gewohnt hier. Aber mit Harry ballert sehr, sehr gut gerade. So. Wieder ab in die Luft mit euch. Dann haben wir auch kein Problem mit der Deckung. Nice. Das, 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 das. Damit kann ich ein Gegenmittel machen. Er ist hier. Tut mir leid. Das war's. Nein! Nein! Nicht so giftig, wie alle sagen. Wow. Ey, was geht hier ab? Und Harry gegen ihn. Ey, das war kein guter Stich. Jetzt brauchen wir auch Venom. Oh, Junge. Junge, ich fühl mich mittelprechtig. Sieh es mal so. Das wird deine bisher coolste Inhaber. Ja. MJ. Ich glaube, ich... Atme ich. Oh, shit, Pete. Atme ich. Was hat er getroffen? Hey, bring dich um. Ja, tu das. Oh, damn. Der Uppercut. Ich weiß, ich weiß. Shh. Alles wird gut. Komm schon. Ich kann... Nicht sehen. Oh, nicht gut. Ich weiß, dass ich nicht mehr Zeit hatte. Na los, Pete. Ein Schritt nach dem anderen. Komm schon. Tut mir leid. Dass ich die Zeit hatte. Ich... 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 Siehst du, wir sind fast... Pete, sprich mit mir. MJ. War fast geschafft. Halt durch. Halt durch. Pete, bitte. Komm schon. Steh auf. Harry! Pete? Bitte, bleib bei uns. Komm schon. Pete. Komm, das ist doch nichts. Weißt du, noch in der fünften Klasse als... Gib ihm Venom. No way. Nein. Nein. Du musst wach bleiben, Kumpel. Pete. Nein! Nein. Yes. Yes. Was Harry im Tank heilen kann. Yo. Ey, ich, ich weiß es nicht. Aber was jetzt mit Harry? Ist ja komplett übergegangen. MJ, bring ihn hier weg. Ich erledige das. Alles klar. Oh Junge, was... Wow. Was wird's denn jetzt? Alter. Fühlt sich das gut an. Ha. Wer denn? Euer Boss muss wohl besser ziehen. Wow. Oh. Oh. Alter. Ziel erfasst. Das ist genau das, was Raiden gesucht hat. Dann tut er mir wirklich leid. Oh damn boy. Das ist wie die Stukov-Ult. Aus Hotz, Junge. Bam. Alter. Alter. Ziel erfasst. Er hat sie erfasst. Du hast es erfasst. Bruder. Dieses weirde Flüsschen dazu. Ich glaube aber, körperlich geht's Pete besser denn je. Das Geiste gemacht, mir Gott sagen. Puh. Wow. M.J., ich bin unterwegs. Was bist du? Oh, jetzt hat er Bock. Verfolgt Lizard. Die Spinne. Gehört mir. Creepy Typ, Junge. Aber hat er gefeiert, wie wir seine Untergebenen vermöbelt haben? Entspannt euch. Mir geht's gut. Vielleicht etwas Wasser. Wasser. Honig. Der Anzug. Halt also deine. Ja. Das heißt, ohne ihn bist du... Ja. Mhm. Mhm. Okay. Wir müssen das Ding wieder an Harry kriegen. Wie hast du ihn mir gegeben? Ich... Ich weiß es nicht. Es ist... Es ist einfach passiert. Okay. Ich versuch's mal. Das sieht echt nicht aus wie etwas, was ich habe... Du hast da etwas im... Möchte. Oh, da ist das Messer. Okay. Okay. Nicht was ich... Was zum... Bist du okay? Mir geht's gut. Ich versuch's nochmal. Der Uri Geller mäßig. Komm schon. Sauber Trieg. Komm schon. Tut mir leid. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wir müssen Dr. Connors finden. Leider. Ist da zur Zeit ein sabberndes Reptil. Craven. Das Serum. Er trug es am Hals. Das hat er bei Dr. Connors benutzt. Wenn wir das Serum finden, könnten wir es analysieren und mit der Ausrüstung hier ein Gegenmittel herstellen. Und Dr. Connors aus Lizardland zurückholen. Ich hefte mich mal an Cravens Fersen. Lizardland. Er ist bestimmt längst weg aus diesem Zoo. Tja, zu unserem Glück hat er was zurückgelassen. Oh. Sein Logo. Der Löwe. Junge. War das wieder krankgeil. Was da alles passiert ist, Mann. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt in diesem Moment schon verarbeitet habe. Ein neuer Anzug. Ja, danke schön. Gute Zusammenfassung. Gute Zusammenfassung. In Little Odessa gibt es ein Pfandhaus, das sich auf Seltenheiten spezialisiert wie das Messer. Fangen wir dort an. Oh. Gute Idee. Das Schräge ist, ich fühle mich lebendiger. So geht. Ging es mir auch. Wie funktioniert das Teil? Ganz ehrlich? Ich kann es nicht erklären. Ich denke, der Anzug hört. Okay. Vielleicht hilft der Craven und sein Serum zu finden. Aber lass dich nicht wieder abstechen. Okay. Ich gebe mein Bestes. Ich pass auf. Versprochen. Ey, diese schwarzen Fäden jetzt. Holy Shit. Ein neuer Anzug. Und sie denken wirklich, es ist ein Anzug, ne? Sie haben so keine Ahnung, was es eigentlich ist. Ist das schön. Anzüge. 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 Da ist er. Ein schwarzer Anzug. Ja, den behalten wir jetzt auch erstmal eine Weile, würde ich sagen. Das ist ja sehr passend. Vor allem war Miles bei all dem nicht dabei, ne? Den werden wir erstmal treffen und erzählen, dass wir verreckt sind. Und jetzt irgendwie den Anzug von Harry tragen und was? Versuch mal, das jetzt zu erzählen. Was wird das denn? Oh Gott. Hat Miles jetzt auch so einen schwarzen Anzug? Oh. Verbesserter Tech-Anzug. Ja. Nicht schlecht, Junge. Nicht schlecht, nicht schlecht. Sehr cool. Kodiert Anzug. Der war ja auch so ähnlich, aber feier immer noch den sehr spinnlichen. Und jetzt müssten wir den Talentbaum haben. Genau. Fertigkeiten. Da ist er, Junge. Mit den Symbionten. Okay. Sehr sick. Aber auch wirklich, also muss ich schwer schlucken, ja? Als wir mit Peter da auf die Schultergestützt lang gelaufen sind. Ich sehe nichts mehr. Ich fühle nichts mehr. Oh. Das war so scheiße intensiv wieder. Hilfe. R1 und Dreieck für einen Angriff auf den Gegner zu, der sie erfasst und in die Luft schleudert. Hm. Sieht das geisteskrank aus. Ich glaube, so jagen Seesterne ihre Nahrung. Okay. Ich glaube, ganz cool, dass wir uns die Punkte aufgehoben haben. Mehrere Gegner ergreifen. Wow. What? Und zu dir ziehen. Ey, es ist krank. Komplett Venom entfessen. Und hier sind immer noch Fragezeichen. Da kommt noch was kränkeres einfach. Geil. Onkel Venom ist für uns da. Hi, Freunde. Wenn ich etwas liebe, dann ist das Optimismus. Und Spider-Man war angeblich beteiligt? Was soll ich sagen? Kunstdiebe rechnen nicht mit Fälschungen. Oder mit Spider-Man. Sie sollten lernen, beides einzuplanen. Ja, oder? Spider-Man war also vor Ort. Das ist toll. Ob er wohl gut aussieht unter der Maske? Zumindest erzählt. Wow. Danke, Mom. Okay. Da würde ich sagen, kann Miles sehr froh sein. Seine Mutti findet ihn hübsch. Das ist nett. Jetzt erst mal in Kleidergeschäft und Cringe tanzen gehen. Oh ja. Bully McGuire ist wieder real. Junge. Das war wirklich wild. Aber hab schon auch ein bisschen Bock, die alten Filme wieder zu gucken, ne? Da kickt das Feeling. Was ist passiert? Jäger. Sie sind hier seit Tagen unterwegs. Tut mir leid, dass ich nicht da war. Können Sie mir darüber etwas erzählen? Es hat mich fast umgebracht. Ich kann dir nicht helfen. Ich kenne dieses Symbol. Bitte geh. Warten Sie. Ich kann Sie vor den Jägern beschützen. Um die geht es nicht. Ich habe das in Volgograd hinter mir gelassen. Das Feuer ist entzündet. Das ist jetzt sein Dschungel. Jo. Was? Kravinov. Aha. Er weiß ein bisschen sehr viel mit seiner Mütze. Das Feuer ist entzündet. Ja, ich glaube, ich sehe, was er meint. Alter! MJ sagt du, du wirst fast gestorben. Bist du okay? Junge. Ich habe mich nie besser gefühlt. Ich hätte bei... Warte. Wirklich? Absolut. Hey, ich rufe zurück. Ich muss Lagerfeuer ruinieren. Äh, okay. Mann. Ey, Malz tut mir gerade immer noch ein bisschen leid, ne? Junge. Und der random Verkäufer-Dude, der weiß einfach komplett Bescheid. Und das mit dem Feuer, mit diesen Kultisten, hängt also auch mit Craven zusammen, oder was? Aha. Und dann hat er noch irgendwas gesagt, was klang wie eine Wodka-Marke. Wird das die wilde russische Super-Eliten-Soldaten-Backstory? Man weiß es nicht, aber... Craven kommt heute Abend zur Feier? Aha. Sie ist eher für uns gedacht, als für ihn. Aber wer weiß. Das Treffen ist ein Ritual, das seit der allerersten Jahr ist zu stehen. Ich dachte nicht, dass Craven werden die Traditionen nicht. Das ist das Einzige, was ihm wichtig ist. Ich habe eigentlich Bock, komplett reinzugehen mit unseren neuen Fähigkeiten, um ehrlich zu sein. Wer hat Lust auf ein Spiel mit dem Feuer? Ja, darum machen wir das auch. Oh ja, Hallöchen. Warm, Junge. Oh, shit. Ist das krank. Okay, Peter, wir müssen aber runter. Hier oben können wir nicht so gut tanzen mit den anderen. Das ist das Problem gerade. Zack. Ja. Jetzt haben wir natürlich nicht mehr diesen komplett overpowered-Modus. Wie gerade, als wir das alles neu hatten. Aber ich glaube, für die Verhandeln wird es hier reichen. Wäre aber auch eine sehr entspannte Verstoßenheitslocation gewesen, glaube ich. Oh, weg mit dir. Haben wir auch schon einen Venom-Finisher? Lebt noch jemand? Hallo? Oh, du, ja. Komm mal ran hier, bitte. War noch normal. Jetzt kommt erstmal das Lagerfeuer-Lied. Genau. Finde ich im Feuer-Hinweise? Nein. Die wollen keine Hinweise verbrennen oder so. Die feiern einfach gerade nur. Diese kranken Schweine. Wodka aus Volgograd? Ist wohl für eine Art Party. Ich frag mich, was es zu feiern gibt. Danke, dass wir nach dem erstbessen, besten Russen-Wodka-Witz direkt Wodka finden. Perfekt. Made in Volgograd. Okay. Aber viel mehr können wir damit jetzt auch nicht machen. Hat einen sehr edlen Verschluss. Cool. Ziemlich unhöflich von Craven, mich nicht einzuladen. Hat mich aber noch nie aufgehalten. Das stimmt. Die Spinne schaut trotzdem vorbei. Das ist wie mit normalen Spinnen. Kannst du machen, was du willst. Sie kommt rein. So verstanden, dass Craven noch sein echter Name ist und Craven nur so ein alter Ego. Das denke ich auch, ja. Alles andere wäre ein bisschen weird in diesem Zusammenhang. Er kennt ihn halt noch unter diesem Namen irgendwie, ne? Aus einer längst vergangenen Zeit. Vielleicht ist er auch Liddlefoot, könnte es sein. Oder Cera? Glaubst du, Craven hat endlich gefunden, wonach er sucht? Ich bin ihn auf seiner Suche bis ans Ende der Welt zurück. Aber die Enttäuschung in seinem Gesicht in jedem Winkel der Welt trägt. Aber diesmal ist es was anderes. Dann werden wir darauf anstoßen. Aber vielleicht, nach den Aussagen, neue Erkenntnisse hier von seinen Untergebenen. Vielleicht ist er auch mal Ghanis, ne? Wenn sie ihm bis ans Ende der Welt gefolgt ist. Könnte er auch sein. So, was machen wir mit euch? Da ist auch ein Hundi. Kann ich den Hundi rausshoppen? Kann ich, oder? Putz! Hallöchen! Ich bin's! Habt ihr eine Genehmigung für das Feuer? Wusch! Einfach aus dem Leben gewinnen. Bam, Junge! Ohoho! Okay! Okay, Ballard. Oh, okay! Aber, das war nicht das Oh, okay, das ich gerne mag. Weil, die hat mir einfach einen Kick verpasst, Junge. Das können wir hier nicht besonders gut leiden. Bin ich ehrlich. Und da ist noch ein Hundi. Da war noch ein Hundi. Okay. Dann heben wir ein bisschen ab hier. Major Tom Style. Zack! Sehr schön. Komm mal wieder ran hier. Hopps! Bisschen Bungee Jumpen. Jawollo! Und... Rums! 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 Krank! Aber oben. So schön. Krank, aber schön. So mag ich das. Was hier los war, da oben. Miba, hi! Halten wir fest. Feinde aus Teil 1. Die noch leben sind Doc Ock. Miles sein Nemesis, genau. Und Mabby Rhino, falls er das in dem Miles-Teil überlebt hat. Habe ich wen vergessen? Mh, Fisk noch, stimmt. Fisk müsste auch noch rumspringen. Ansonsten sieht es jetzt nicht mehr ganz so rosig für viele aus. Das ist ein sehr selbsamer Schatten da. Ist das meiner? Ja, ist meiner. Okay, ich stehe einfach in der Luft. Ey, könnte ein altes Plattencover von Michael Jackson sein oder so. Michael Jackson ist die Spinne. Da, da, da. Hier geht es sogar rein. Ey, die haben einen ganz eigenen Raum. Wow. Oh, hier muss ich jetzt wieder mit Sensitivität. Bei Venom? Okay, er ist eigentlich ein Sensibler, ne? Na, mal gucken. Nice. Aber da wirklich Shoutout an diesen Blazy-Controller. Der kann ja viel. Ne, dieses ganze Haptic-Gelöt auch mit Stillhalten oder nach unten schwenken. Da kann ja Sound rauskommen. Der vibriert in verschiedenen Intensitäten. Und wenn so ein Minigame ist, dann haben diese Schultertasten, haben die echten Widerstand. Und sobald das geschafft ist, drücke ich auch beide direkt runter, weil dieser Widerstand weg ist. Und dann muss man das so ein bisschen austarieren. Also, das ist echt in Sachen Immersion. Dieser Controller, wenn ich an N64-Zeiten oder so denke, Bruder, ist vermutlich auch in Venom drin, ja? Insane. Die Technik, Thaddeus. Die Technik. Sie holen noch mehr Luxusgüter aus Volgograd für dieses Event? Alter. Die Sachen müssen in der Nähe reinkommen. Kein Flugplatz in Sicht. Eventuell bei den Docks. Vielleicht führt mich etwas dort zu Craven. Die shoppen einfach Edelsuff. Läuft bei denen. Und hier hätte man die Karte auch einfach irgendwie mit einem Stein oder so einer Pinnadel befestigen können. Oder halt zwei Messer, Bruder. Let's go. Wir wollen die eh nicht nochmal verwenden. Na dann. Auf, auf! Zu den Docks. So, unterhalte ich mich auch immer. Schön Privatgespräch über drei Dächer gebrüllt. Ja, wir werden ja alle töten und alles abfackeln. Jo, okay. Bei mir war auch normaler Arbeitstag heute, ne? Schönen guten Abend und so. Schaffen wir es da rüber? Sehr gut. Und ich freue mich. Kennst du noch diese Klebebänder, die früher in Zeitschriften waren? So sieht das Zeug von Venom aus. Mit denen du sie festklebst. Oh no. Junge. Ja, vielleicht kriegen wir gleich noch so einen Special Move. Mit so einer Gummihand an so einem Seil einfach. Dann in schwarz. So eine riesige Hand, die einfach dann, bam, rausgeschnellt kommt und alle wegklatscht. Das wäre auch geil. Und das sieht auf jeden Fall nach unseren gesuchten Leuten aus. Kriegen wir noch eine Sequenz? Oder darf ich einfach rein, Peter? Was machen wir? Verstehe. Hab's doch gesagt. Das ist alles. Wo ist der Rest unserer Lieferung? Er braucht meine Hilfe. Hilfe! Ja, würde ich auch sagen. Na, vielleicht gehen wir hier doch ein bisschen ins Stress rein. Wenigstens die Sniper außen wegziehen, oder? Kraven zu stehlen? Der ist safe. Eine Menge Jäger für etwas Wodka und Kaviar. Aber das sind wieder zwei, ne? Mal gucken. Woop. So eine Venom-Bazooka, ja. Ja, geil. Der ist safe. Warum macht Kraven das alles jetzt? Es ergibt keinen Sinn. Weil er endlich seine ultimative Beute gefunden hat, oder so? Oder weil sein eigener Anzug fertig ist? Bin mir immer noch nicht sicher, ob er vielleicht ein bisschen tiefgründiger ist, als ich ihn. Noch jagt er Superschurken, und jetzt bewirbt er Gäste? Ja, als ich ihn einschätze, aber ich glaube, das würde nicht unbedingt zu seinem Charakter passen. Denn er rennt da jetzt auch nicht wirklich rum wie ein halber Cyborg, oder modern gekleideter. Er hatte ein bisschen Blut in seinem Grinsen, ne? Der hat auf jeden Fall gut welche gewischt bekommen, aber ich glaube, er ist so ein Typ, der steht da drauf. Der braucht das ab und zu mal. Können wir hier irgendwie den Kran benutzen? Sieht nicht so aus, oder? Wenn ich mich da raufschwinge, soll das Gewicht auf die drauffallen lassen? Scheint nicht so, leider. Wir könnten die jetzt da noch ablenken, vermutlich, wa? Haben wir was zum Ablenken in der Nähe? Da zum Beispiel, guck mal. Da könnten wir was hinzappen. Oh, Junge, da ist aber viel zum Anvisieren. Bupp. Die Frage ist nur, kriege ich den da auch irgendwo hingezogen? Ich fürchte fast, wir müssen reingehen. Aber jetzt war ich so in Verstohlenheitslaune, weißt du? Weil dann alles so schön funktioniert hat. Bupp. Aber, ja, sind ein bisschen viele hier. Na gut. Wupp. Moin. Überraschung. Die Spinne ist auch da zur Party. Wuhu. Der hat schon mal... Ich kann das zu eurem Boss bringen. Bisschen Kopfschmerzen, auch ohne Wodka. Kein Problem. Ich helfe da gern. Zack. Stabil. Ah, da kommt wieder Verstärkung angebrentert. Noch mehr von euch. Wenn ihr mir nur sagt, wo er ist. Oh, was ist das denn? Oh, dickes Geschütz oben drauf. Okay, können wir das einspinnen gerade? Ich hoffe, das war genug. Können wir ja sehr gut. Oh, Junge. Wahrscheinlich... Er und ich haben noch eine Rechnung offen. Haben die das überlebt? Haben sie nicht. Gut, bei so einem Geschütz und so einer Explosion. Hieß mal Ende im Gelände. Fett. Ich sehe lieber mal nach dem Hafenarbeiter. Sie haben mir zugesetzt. Das war ja halbes Bilderbuchlevel hier, Junge. Wir waren einfach so viele. Ganz ruhig. Dir geht's ziemlich schlecht. Ich helfe dir. Genau das will man hören. Ja. Gut, dass das Ich helfe dir noch hinterher kam. Ins Krankenhaus. Bitte. Nicht weit weg ist eins. Ich glaube, wir ihn wieder zu diesem komplett bekifften Sanitäter bringen. Alles wird gut. Ich dachte, die würden mich umbringen. Was wollten die? Auf dem Weg hierher ist etwas Fracht verschwunden. Die dachten, ich war's. Ja gut. Da machen die jetzt wenig Detektivarbeit. Kriegt der nächst Beste aufs Maul. Oh, dann läuft das. Sorry, dass es so holprig ist. Ja, sorry an alle an der Stelle. Da habe ich mich leicht verschwungen. Aber ich habe hier Vorfahrt. Ja, ich transportiere einen Kranken. Ich muss mir mal noch so eine blaue Sirene holen und auf den Kopf binden. Dann läuft das besser. Oh, es ist nicht derselbe Sunny. Es sind andere. Du bist sicher. Okay. Wohin muss ich jetzt? Sie bin eins, acht. Kind. Dankeschön. Ich frage mich, wie es Harry ohne den Anzug geht. Hey Kumpel. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Was ist los? Craven. Oder Kravinov. Veranstaltet eine Party in 718 Kent. Ich schau mal vorbei. Sieht aus wie eine Art Club. Moment. Ich bin gleich da. Eine Art Club. Der ist doch jetzt nicht wirklich in einem Club und feiert da, oder? Craven geht Raven. Das ist unser Motto. Craven macht Urlaub auf Kreta. Aber das R ist stumm. Das sind so momentan seine Ziele, ja. Ganz schön was los hier. Ich hoffe, unser VIP ist da. Sie sind noch aggressiver als sonst. Am besten nicht auffallen, dann gibt's keine Probleme. Durch die Küche. Zieh dich um. Der klassische Peter Parker Look wird's nicht bringen. Schade, dass mein Smoking in der Reinigung ist. Hä? Niemals. What? No way. Ich bin ein Spion. Ein Spiderspion. Der Anzug kann sich in ein Smoking verwandeln? Hat er bei mir nie gemacht. Der kann wirklich alles. Hey, hey du. Komm mal her. Bring das zu Mr. Craven aufs Leibwächter. Seinem Leibwächter? Dima! Na los. Okay, ich glaub deine Schicht beginnt. Ja. Dann leg mal los. Dann such ich mal Dima. Der Anzug-Anzug. Wie können die so schnell essen? Lass sie nicht warten. Los. Einfach mein Döner-Mann hier. Lass mich taubstellen. Ich weiß, du hörst mich. Nerv mich nicht. Und lass mich arbeiten. Du hast gesagt, fünf Minuten. Das war vor 30 Minuten. Junge. Normalste Großküche hier. Das ist fast perfekt. Sehr schick. Leibwächter. Wow. Ich bin ziemlich schick. Und fühle mich großartig. Nur wie lang werden wir da noch Einfluss drauf haben, hä? Wenn Wendem jetzt stänkern will, dann wird er stänkern. Alter, hier hängt eine Giraffe. Wow. Ganz schön viele Trophäen, hä? Nicht schlecht. Sogar ein Tiger. Oh nein. Tiger. Wir vermissen dich, Bruder. Er war einer der Besten. Der war noch real. Tiger und Rabbids. Entschuldigung. Wir sind mit Grave gekommen, um den Volk als unsere Basis zu etablieren. Interessante Wahl. Erinnert ihn an zu Hause. Und der hat hier heute auch seinen ersten Tag, oder? Junge Büffel, Nilpferde, Nashörner. Was ist das hier für eine geisteskranke Ausstellung? Wow. Hi. Weißt du, wo es lang geht? Der hat auch Angst, an der Wand zu enden. Junge, wie er da steht. Aha. Bewegung, sonst breche ich dir was. Ja. Sympathisch, Bruder. So begrüße ich auch immer die Kellner. Ein 300 Jahre alter Schlafpfeil wird nicht funktionieren. Und da bist du dir sicher, ja? Gut, dann zeig's mir. Ihm zeig ich's auch. Ja? Nimm ihn. Er soll sich winden. Das Gift ist uralt und du weißt nicht mal, wie man das Ding benutzt. Oh oh. Ein echter Jäger passt sich an. Ah. Ja. Gute Show. Applaus. Schlaf gut, mein Freund. Die Jäger waren völlig verrückt. Was? Bin überrascht, dass der Anzug auf mich gehört hat. Was war denn? Warum hat mein Anzug kein neurales Interface? Was? Dann könnte ich mit Harry arbeiten, Held spielen und gleichzeitig Urlaub machen. Ich kann nicht mehr. Das ist das dritte Mal, dass ich heute fast gestorben wäre. Junge. Normalster Kellnerjob als Student einfach. Läuft. Mein Jäger wurde auch grad gefüttert. Shia hat gerade bei uns die Raubtierfütterung übernommen. Hast du gesehen, dass er oben die Stoßzähne aufgehängt hat? Ja. Er ist stolz auf seine Beute. Ah, zu Recht. Sich unbemerkt nach Wakanda rein- und rausschleichen. Oh. So etwas schafft nur Craven. Eine der vielen Geschichten an diesen Wänden. Oh. Die Big Backstory. Okay. Was liegt hier noch? Haufen Schwerter einfach. Sollte ich mich hier noch weiter umsehen? Ich hab ein bisschen Angst, auch selber hier als Trophäe gleich zu ändern, weil die Langeweile haben. Aber das ist... Oh, ein ganzer Elefant. Junge, wie fürchterlich einfach. Und die feiern sich komplett. Diese armen Irren. Na gut, dann weiter in die Höhle des Löwen. Die Gemälde auch sehr imposant hier. Ja, die sind auch fett. Aber haben die was mit Jagd zu tun? Die Jagd nach Freiheit. Die Jagd nach dem Ozean. Was haben wir hier sonst noch? Hat er sich hier selber mahlen lassen? Halb Mensch, halb Löwe? Ne, das nicht. Oh, Fischerei. Fischerei ist ein guter Punkt. Ja, schön zu Ross. Aha, aha, aha. Und was ist das hier für ein Vieh? Junge. Sogar der Bart von Whitebeard. Auf einem Samurai-Helm. Zufall? Ich denke, nein. Deine Mutter. Dankeschön. Darum hat sie heute nicht angerufen. Sie ist jetzt in dieser Glasvitrine. Ich werde dich retten, Mutti. Aber erst müssen wir Essen servieren. Oh, toll. Es geht noch weiter. Was ist das? Achso, ich dachte, das ist eine Auktion. Aber nein. Das ist nur der Oberkellner. Alles klar. Ist einer der Schildträger angekommen? Ah ja, er ist im anderen Zimmer beim Feuer. Stößt Mr. Kravenow heute Abend zu uns? Es gibt einige, ähm, oh, okay. Okay, lol. Verdammt, Kraven ist nicht hier. Schildträger? Hm, hört sich nach einem Leibrichter an. Ja, dann nehmen wir doch den. Oh, Venom in die Ritterrüstung, ja. Dann ist sie beim Resident-Remake, genau. Dem fehlen eh die Beine da. Herr Oberkellner, schön, dass Sie da sind. Ich gucke mich noch ein bisschen um. Vielleicht gibt es noch coole Issaic-Stories oder so. Aber ich glaube, das Einzige, was die hier machen, ist sich selber beweihräuchern. Und Kraven feiern. Wie ich gehört habe, sind Sie nicht erfreut? Sicher nicht. Kraven hat Ihre ganzen Ressourcen hergebracht. Es ist schließlich seine Jagd. Aha. Seine Familie ist nicht erfreut. Vielleicht können wir das noch nutzen. Wird er von seiner Family gejagt, ja? Er ist nur der Azubi. Ich reiß ihn mit blausen Händen auseinander. Er ist nicht dein Ziel. Tötest du ihn. Erledige dich, Kraven. Aber sie haben alle Respekt vor ihm. Das muss man denen lassen. So bekloppt wie die sind. Auf ihn scheinen sie zu hören. Wie eine große, verrückte Familie. Toll. Hallo, ich habe Essen dabei. Das muss er sein. Wollten Sie Döner-Teller mit schärfe Soße? Nein. Junge, das wäre genau das, was ich mir hier bestellen würde in diesem Ambiente. Wenn die anderen so Lachs-Carpaccio-Olé futtern, nehme ich schön den Döni, Bruder. Auf Ehre. Und dann werde ich gegessen. Ach, wow. Na klar. Was soll das sein? Ich soll das Mr. Kravinovs persönlichem Leibwächter bringen? Wieso glaubst du, dass ich das bin? Weil sie, naja, ähm, groß sind? Dima hat Hunger. Du solltest jetzt gehen. Was für ein Zufall. Das wollte ich gerade tun. Oh, ist Dima ein Tier? Ich dachte auch, das ist der. Er hat zu dem Raum hinauf gesehen. Ich muss den Aufzug finden. Und weil er so ein cooler Jäger und so eine Raubkatze ist. Frisst er so ein rohes Steak wie so ein Comic-Löwe, Junge? Da sind wir wieder bei Madagaskar. Okay. Bestimmt irgendwie ein Löwe oder so, wa? Das ist unheimlich. Ich will ihm kein Essen mehr bringen. Stell nur den Teller hin und geh. Ganz einfach. Mal sehen, wie es dir geht, wenn du es machen musst. Jaja. Da werden schön Strohhalme gezogen, Junge. Wer den kürzeren hat, der muss für dann gehen. Aber in dem Fall sind das wohl wir. Ich habe immer den kürzeren. Platz da! Oh, sorry! Nicht sorry, verschwinde einfach! Auf dem Weg! Junge, was... Was ist so... Dieses... Chaos hier! Wenn nicht alles perfekt ist, sind wir tot! Aus dem Weg! Nein, nicht warte! Oh, Junge. Ey. Mehr Action als im Zoo. Junge. Ich habe gesagt, warte! Das du gar nicht! Ich hatte nichts damit zu tun. Komm schon, komm schon! Seid still! Alle beide! Sammelt schnell alles auf und weiter! Was war das denn? Oh Gott. Das war wirklich schmerzhaft mit anzusehen. Ich nehme zurück, dass sie... Dima finden, dann Craven und sein Lizard-Serum. Ganz einfach. Dass die Kämpfe chaotisch sind, also die Kerner hier, die toppen das alles, ey. Gebt den fünf Sekunden zusammen. Und es ist einfach over. An sich aber schicke Butze, ne? Wenn hier nicht überall tote Tiere hängen würden. Wäre das schon echt der fancy Scheiß. Riesenkamin. Hier geht's auch lang, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir da gleich lang fliehen müssen. Aha. Wenn, ähm... Benimm dich bitte. Du hast dich oft benommen. Bitte bleib dabei. Normalster Arbeitstag, ja. Die Armen. Oh! Du bist nicht zufällig. Dima. Braves Kätzchen. Das erklärt das Geheimnü. Instant geswitcht. Da ist jemand hungrig. Ein Tiger. Das ist neu. Instant Anzug an, Junge. Geil. Okay. Geben wir Dima was zu essen, das nicht nach Spinnen schmeckt. Das rohe Fleisch muss irgendwo sein. Da ist es. Ja, okay. Im Arbeitszimmer gibt's vielleicht Infos, wo Craven ist. Sollte gehen. Aber zuerst mache ich einen auf Tierpfleger. Da müssen wir die Freunde nur, uh, bisschen ablenken. Like this. Dann können wir maybe da rüber. Und dann das Fleisch holen. Geht das so? Oder soll ich runter? Soll ich so holen? Dürfen mich da unten nicht sehen. Aber von hier komme ich da auch nicht ran. Wie holen wir das denn? Die dürfen mich da nicht sehen. So kann ich es doch nicht ranziehen. Oder soll ich eine Netzleine spannen? Aha. Okay. Verstehe. Dann like this. Wupp. Das perfekte Essen für einen russischen Tiger-Leibwächter. Das lang schräg. Ja, so gesehen. Diese Mahlzeit muss sich noch etwas verfeinern. Wo ist der schlafende Jäger? So gesehen darf es ja kein Löwe sein. Weil er ist ja selber der Löwe, ne? Darum gehen die beiden Raubkatzen gemeinsam auf die Jagd. Oh, Mann. Beim schlafenden Jäger ist viel los. Ja, aber das können wir bestimmt ändern. Jetzt ist es doch gut, dass das Nashorn hier hängt, ne? Okay, wir könnten euch da rüber schicken. Bupp. Hat das wer gehört? Ja, guck mal lieber. Nicht, dass da auch ein Nashorn drin ist. Bäh. Sch, das bleibt unter uns. Schlafenszeit für Dima. Schnüffelzeit für Peter. Ja. Dima und Peter. Das nicht klappt. Bleibt nur noch die Nachspeise. Ich. Mhm. Braves Kätzchen. Hi, Dima. Ich bin wieder da. Mit einem kleinen Snack. Äh, erst mal schön mit der Tatze gegen. Bing. Katze bleibt Katze. Katze streicheln. Katze müde. Ein Leckerbissen vom Spidey-Koch. Nice. Wir streicheln wirklich. Ehre. Ja. Kramer ist wohl zu cool für seine eigene Party. Ich sollte mich umsehen. Er könnte das Lizard-Serum hier versteckt haben. Normalses Haustier, Junge. Vor allem, wenn der hier länger ist, kannst du den Raum doch danach wegschmeißen. Wisst ihr, wie so ein Tigerkäfig riecht? Heiliger. Aber so ist ja ganz süß, oder? Oh. Craven hält sich also ein Tiger. Wer gibt's denn? Oh. Ja. Okay. Schlaf schön weiter. Gut. Wir streicheln vielleicht nicht nochmal. Was geht hier? Ein Stammbaum? Ich muss ihn gerade verpasst haben. Junge, dieses Bild unten links, wie er da steht. Ich gehe mal davon aus, dass er der Kleine ist. Das ist mal eine echt fesche Mütze, oder? Hahaha. Geil. Hat Craven gebetet? Hm. Zu seiner Family. Sein Baum. Kennen wir da irgendeinen Namen von? Nedrochi Tannengarten? Sergej Kravinov, ja. Sergej und Sascha Kravinov. Anastasia Tatjana Kravinov. Vladimir Kravinov. Anna Kravinov. Und ganz oben? Kann ich da nicht gucken? Ganz oben darf ich nicht hin, oder was? Nikolai. Nikolai Kravinov, ja. Und irgendwer ist durchgestrichen. Da erkennen wir auch nichts. Ist er maybe selber der Durchgestrichene? Okay. Hieß Black Widow nicht auch so ähnlich? Hm. Sind sogar zwei durchgestrichen, ne? Links auch. Zwei, du hast recht. Die Linkse habe ich voll nicht gesehen. Zwei sind durchgestrichen. Das ist sehr spannend. Okay. Weiß noch nicht genau, wo sie uns da haben wollen. Aber irgendein wilder Family Twist kommt anscheinend auch noch. Weit und breit kein Lizard Serum. Aber was sind diese Tränke? Das sieht auf jeden Fall nicht aus wie normaler Wein, oder? Junge, das sieht aus wie irgendein Heiltrank aus einem RPG. Vielleicht ist er deshalb so abnormal stark. Yo, der hat einfach den Zaubertrank von Asterix. Wow. Ja, war ja die große Frage. Wie kann er das alles wegstecken? Der hat ja sogar von Scorpion den Stich einfach weggetankt. Maximoff hieß sie. Okay. Ja, so ähnlich, aber nicht close genug. Dankeschön. Hier drüben noch ein Buch. Mhm. Das Buch heißt einfach Hand. Ich wusste nicht, dass Jagen so existenziell sein kann. Wow. Die Philosophie der Jagd. Junge, da schreibt er hier schön ein paar Haikus, bevor er Scorpion wegnatzt. Ehre. Ist der Gummibären-Trank, kann auch sein. Vielleicht beides, deswegen waren es zwei, ne? Der sippt einfach an beiden. Junge. Die verdammte Legende. Ein schönes, schönes Buch. Aber was haben wir noch? Ein Billardtisch? Ach, hier geht es auch noch weiter hoch. Okay. Ein paar Instrumente hier stehen. Läuft bei ihm. Oh, das ist bestimmt hier die Nachdenker-Ecke. Hier finden wir das Heftigste. Eine Infusion. Aha. Find diesen schwarzen Lackanzug schon sehr kinky, oder? Junge. Da will man nicht nur den Tiger streicheln. Hahaha. Was ist hier los? Pillen? Oh, guck mal. Er hat sogar so ein kleines Lesezeichen da mit so einem Zahn dran. Das ist ja süß. Der wahre Jäger. Kein Serum. Diese Medikamente dienen zur Chemo im Spätstadium. What? Sind das auch Cravens? Hä? Hat er Superkrebs oder was? Mutiert in ihm irgendein Tumor und macht ihn heftig? Wie passt denn das jetzt zusammen? Aha. Noch was zum Angucken? Nö, nö, nö. Ah, hier. Was ist da? Ein Zettel? Okay. Text einblenden. Es ist Zeit zu beten. Mit diesen Worten eröffnete meine Mutter jede Jagd. Andere verbrachten die Nacht bei einem Festmahl und tranken sich ins Vergessen. Wir nicht. Nicht die Kravinovs. Für uns war die Jagd heilig. Eine Pflicht, die uns von einer höheren Macht auferlegt war. Raubtiere zwingen die Schwächeren dazu, stark zu werden. Wir formen die Welt, sagte sie immer. Bei Kerzenschein teilten wir das Pascha in unserer Kapelle. Fühlten, wie die Vorfreude in unseren Bäuchen wuchs. Waren bereit, unsere Ahnen zu ehren. Ihr Blut durch unsere Adernfließen zu spüren. Auch wenn sie nicht mehr da ist, setze ich diese Tradition fort. Die Feuer wurden entzündet. Die Kapelle ist vorbereitet. Und heute Abend werde ich hoffentlich zum letzten Mal beten. Die Jagd beginnt. Und wenn ich nicht zurückkehre, umso besser. Oh, umso besser. Okay. Er will also eigentlich auch gar nicht mehr. So ein bisschen Kaido-mäßig. Als Harry ihn verprügelt hat und meinte, komplett im Rausch, weil Peter so schwer verletzt war, hat er ja auch gesagt, ich mach dich platt, ich bring dich um. Und er meinte, ja, bitte irgendwie so, ne? Holy fuck. Okay. Die Kapelle ist bereit? St. Sophia ist nur ein paar Blocks entfernt. Dort muss Craven mit dem Serum sein. Dann mal los. Wow. Also, er hat tatsächlich eine etwas tieferes Story anscheinend. Ist ein bisschen deeper, der Character. Aber in einer... Boah, du bist ja gar nicht so gefährlich, oder? ... ganz anderen Richtung, als ich gedacht hätte. Wow. Gallischer Zaubertrank und Gummibärensaft. Was noch mit Popeye? Garniert mit einem Hauch Spinat und ein paar Tropfen Tigerblut. Fürs gewisse Etwas, jawohl. Schön der asiatische Tigerbalm drauf. Und dann ballert das. Zu stolz, um durch eine Krankheit zu sterben? Oh, wow. Wie bei den Wikingern so, ne? Dass du auf dem Schlachtfeld sterben musst, so nach dem Motto. Er will bei der Jagd nach der ultimativen Bestie drauf gehen. Und nicht an der Krankheit sterben. Und darum dreht er so durch. Auch in Erinnerung an die Family. Oh, das ist ne coole Idee. Dima? Oh, oh. Oh, nein. Es ist nicht, wonach es aussieht. Wow. Das ist nicht gut. Lasst ihn am Leben. Ähm. Habe ich jetzt einen neuen Move? Habe ich. Schauen, was du kannst. Ne Welle. Ach so. Das ist jetzt... Oh. Das ist die Ulti. Harry hat mir nicht gesagt, dass sich das so anfühlt. Uh. Okay. Das ist das von vorhin. Wow. Vam. Warm. Ich fühl mich so... Die Symbiontenwelle stärkt die Wucht deiner Angriffe enorm, solange sie aktiv ist. Löse sie aus, wenn deine Symbiontenwellenanzeige voll ist. Okay. Ist aber auch gleich schon wieder leer. Das ist natürlich nicht so schön. Aber hey. Nehmen wir mit, was wir noch kriegen können. Wow, wow, wow. Während wir hier alles zersäbeln. Wupp. Das Teil weiß exakt, wie ich gerne kämpfe. Holy hell. Ja, so ein Zufall. Wupp. Da können wir schön rein. Gleich den Hundi noch mitgenommen hier, aber der lebt noch. Ich bin eine Ein-Mann-Armee. Oh, ich seh nix. Junge, alles geht kaputt. Oh, 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 oh. Die ganze Hütte fliegt auseinander. Scheiße. Da oben standen noch welche. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier holen wir uns erstmal runter hier auf den Meter. So. Den Ausweichen nicht vergessen. Jawohl. Und du kommst bitte auch noch. Vielleicht schaffen wir es sogar, ein bisschen in der Luft zu bleiben. Das wäre natürlich Ehre, aber leider nicht so lang. Darum hätte ich mich gewöhnt. Wie ich das gerne hätte hier. Und die armen Kellner. Ich hoffe, die finden Zeit noch einen neuen Job, Junge. Da kannst du ja keinem antun hier, diese Arbeitsbedingungen. Und vielleicht hätte ich eher nach oben gehen sollen, statt die nach unten zu holen. Das kannst du ja nicht mit ansehen hier. Das werden ja schon wieder immer mehr. Oh Gott. Yo. Hupp. Oh. Hohohoho. Geil. Das war schön. Zack. Weiter geht's. So. Wir haben noch keine Zeit, Männer. Rump. Schön. Und dieser Party setze ich ein Ende. An die Decke genagelt. Ja. Einwandfrei. So mögen wir das. So. Herr Raketenwerfer, Sir. Wie gefalle ich euch jetzt? Wir haben da was mitgebracht. Wupp. Oh, Venom geht gut ab. Ja. Das setzt. Schön in die Luft mit euch. Bisschen ausweichen. Und der gute Bouncing-Move. Jetzt kennen wir hier ihr Geheimnis. Mit dem Gummibärensaft, Junge. Zack. Kommst du noch mit ran hier? Ja. Aber die knallen trotzdem. Da kommt schon der nächste Dicke. Wollte ich sagen. Die knallen trotzdem ganz gut durch hier. Müssen wir aufpassen. Oh. Genau deswegen. Hei, hei. Gleich mal in die Heilung rein hier. Hehehe. Die stehen nämlich überall. Die haben jetzt natürlich Heimvorteil. Die kennen sie aus hier in dem Bunker. Das ist nicht ganz so schön. Busch. Dann einmal like this. Schön den Dicken noch ein bisschen welche mitgeben. Aber. Ich sehe gerade nicht so viel. Was mir eigentlich lieb wäre. Den haben wir aber zerlegen können. Den fressen wir jetzt von beiden Seiten. Scheiße, dass sie permanent den High-Ground haben. Das ist so lässig. Zack. Wir haben schon so viele Pfeile im Arsch. Bisschen Igel-Cosplay hier gerade. Hehehe. So. Aber. Irgendwann ist auch genug des Igel-Cosplays. Oh, der Dicke haut zu, Junge. Haut der zu. Einmal in die Luft mit euch. Junge. So ein dicker Fleischberg. Und dann Raketenwerfer. Ich fass es nicht. Zack. Ende jetzt. Der tritt nochmal. Und der lebt auch noch. What? Was ist das denn? Wie wenig Lust zu verrecken kann man haben? Der lebt immer noch. Bro. Was ist dein scheiß Problem? Abflug jetzt. Bam. Halber Endboss. Aber habe ich gut hingelegt. Schnell zur Kapelle. Das war lustig. Wow. Gute Reise. Das war ich nicht. Gute Besserung. Oh nein. Wait. Hol dir lieber Eis. Das war ich nicht. Ist gar nicht gut. Puh. Hey Pete. Was entdeckt? Noch kein Craven. Aber ich glaube, ich weiß, wo er ist. Wie ist der Anzug? Komisch. Als würde er mich kennen. Keine Sorge. Ich kümmere mich um alles. Versprochen. Lass ihn leben. Und sie kommen mit dem Raketenwerfer. Das war echt ziemlich wild. Holy shit. Haben wir genügend EP bekommen? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Das war schon wieder so viel. Aber wir haben kein Pünktchen. Dann kommt das bestimmt gleich noch. Oh Bro. Diese Fights gerade. Es ist so eine chaotische Dynamik. Man weiß manchmal gar nicht. Hängt man jetzt selber an der Wand? Oder ist das der Gegner? Ist er jetzt tot? Kommt da ein neuer? Oder ist das nochmal derselbe? Also das war gerade wirklich der Fight, den ich so ein bisschen erwartet habe. Weil es war ja wirklich Full House. Und so hat es sich auch angefühlt. Wie Full House früher mit den Ozen Twins. Damn boy. Da wollen wir hin. Ja moin. Es ist still. Der dicke Elite-Dude. Der dicke Elite-Dude. Boom, Junge. Oh, die gute Fliehthofs-Deko. Das macht man nicht. Aber der blockt einfach weg. Das ist meine Stadt. Kann ich das Schild wegziehen? Nein. Er hat Skorpion getötet. Lizard freigesetzt. Netze gehen auch nicht. Blockt der ebenfalls. Der hat mich brutal niedergestochen. Ich möchte mit ihm reden. Besonders überletzteres. Aber Venom-Abilities brettern ordentlich durch. Ich glaube, den soll ich versuchen zu parieren. Yes. Okay. Dann geht's da rein. Oh. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Dann blockt er wieder. Ja, Netze haben auch nicht so viel gebracht. Der blockt alles weg. Ich muss ihn wirklich parieren dann. Oh, zum Gegenangriff. Wenn er einen machen würde, den ich blocken kann. Sehr gut. Ja, den kriegen wir aber, glaube ich. Den sollten wir kriegen. Wupp. Schön reinboxen. Ja, guck mal. Läuft. Läuft, läuft. Aufpassen jetzt. Dem weichen wir so aus. Von der Seite ein bisschen Netzen. Nee, geht auch nicht. Wie noch mehr? Was für noch mehr? Der hat Ads dabei. Oh, das ist schlecht. Oh, das ist nicht cool. Oh. Aber vielleicht können wir uns da ein bisschen aufladen. Sodass wir ihm dann Finisher drücken können. Aber was ist denn das für eine Jagdmeister, wenn du Ads dabei hast? Das finde ich nicht sehr sozial von dir. Dann fressen die auch noch die Moves, die ich für ihn brauche. Das war nicht so gut geplant jetzt. Oh, shit. Das war wieder so ein blockbarer. Oh. Die Ads bringen mich viel zu sehr durcheinander. Das ist gar nicht cool. Und die haben auch Schilde dabei. Oh, god damn. Aber die kann ich auch umschließen, glaube ich. Ja, erstmal weg. Weg, weg, weg. Und dann können wir vielleicht... Wow. Was war das jetzt? Irgendwelche Giftteile. Boah. Nee, ich glaube, das können wir gleich nochmal machen. Mit Ads habe ich nicht gerechnet. Scheiß die Wand an. Was habe ich hier noch? Den Zusammenzieher? Hilft uns auch überhaupt nicht gerade. Können versuchen, mich nochmal zu verpissen. In der Hoffnung, dass gleich nur Venom-Fähigkeit ready wird und wir den vielleicht zurücksetzen können. Ja, das macht ihm zumindest ein bisschen Schaden. Das war ganz geil eigentlich. Wenn wir jetzt sagen... Wupp. So. Schön rein da. Jawohl. Und noch ein paar Vasen hier für euch auf den Nacken. Fantastisch. Zack. Weiter geht's. Aber... Wir haben gleich auch nochmal den fetten Mode hier. What's? Unser Symbiont. Da haben wir auch deutlich mehr ausgehalten, will ich mir einen. Wer kannst du nicht? Können wir damit in die Ads. Und jetzt auf ihn. Ja. Ja. Oh, Junge. Da gehen wir aber durch. Wow. Uh. Der hat mich jetzt gerettet. Hei, hei, hei. Und er hat einfach noch mehr. Da kommen einfach noch welche. Hahaha. Das war's noch nicht. Bruder. Diese verdammten Jäger. Bam. Schön durch die Steinsäule weggedrückt. Hui. Ja. Venom rettet uns hier wirklich den Arsch. Story-technisch. Aber auch Gameplay-technisch. Zack. Sehr gut. Und es fühlt sich so gut an dabei. Das ist einfach nur wundervoll. Zack. Schön rein da. Jawohl. Gerade bei den Schwert-Lieseln aufpassen hier. Wupp. So. Dass wir die ordentlich im Gefahren haben. Ja. Genau deswegen. So schnell kann ich gar nicht blocken hier. Falsche Richtung noch dazu. Big Pain an der Stelle. Dann habe ich hier aber ein nettes Gadget für euch, Freunde. Was sagt ihr dazu? Nicht so viel anscheinend. Okay. Auf Wiedersehen. Dann gehen wir hier nochmal rein. Müssen aber aufpassen. Boah. Bitte nicht an den Ads sterben jetzt. Holy shit. Dann nehmen wir dich erstmal. Ja. Die sind auch nicht mehr gefährlich. Das sind hier trotzdem die wilden Elite-Jäger. Zack. Jawohl. Aaron Jäger. Endstation. So. Du bist weg. Und bei dir weichen wir nochmal schön aus. Und dann war es das auch. Es werden noch mehr. Soll ich abhauen? Dann hast du die Mission geändert. Junge. Ha. Wupp. So. Und liegen bleiben wäre angemessen. Interessiert die aber nicht. Junge. Noch eine mit Schwertern. Oh ne. Gar kein Bock. Ha ha ha. Gar kein Bock. So. Dich hauen wir gerade weg. Sehr schön. Und du kriegst den. Wupp. Ein Glück. Das war jetzt genug Trara. Ja. Ich komme Craven. Junge. Fetten Modus habe ich die ganze Zeit. Fühle Bruder. Ha ha ha. Fühle auf jeden Fall. Oh man. Aber cooler Fight gewesen. Habe ich nicht kommen sehen. Dass der noch eine Mechanik bringt. Mich in die Ecke zu drängen. Und ohne Venom. Hätte ich da jetzt richtig geschwitzt. Und sehr viel geweint. Aber wir sehen immer. Wenn man eine Träne vergießt. Ist Venom für einen da. Ist das nicht toll. Ich finde schon. Jo. Dann mal rein hier. Wa? Schönen guten Hallo. Wir sind's. Ey. Wie er da reinlunzt einfach. Bonjour. Bonjour. Ich möchte ein Serum für einen Dr. Connors abholen. Ha ha ha. Na. Aber das kann ja jetzt nicht der Showdown sein. Du hast mich gejagt. Oh der Schall der Glocke. Scheiße. Das ist gut. Mal sehen, ob du die Kraft hast zu beenden, was du begonnen hast. Ich feuchte nein. Ey, der Regen auf der Glocke, der nervt uns gerade komplett. Das gibt's doch nicht. Tod durch Wetter. Ich seh einen Mann. Aber ich spüre eine Bestie. Yo. Auch vor allem, er wird das raffen, ne? Ja, scheiße. Er ist halt gut. Er ist ein Jäger. Warum setzt du es nicht frei? Ich bin nur hier, um meinen Freund zu retten. Oh, ja, so geht's auch. Aber das ist nicht cool, dass er das weiß. Wir bringen das später zu Ende. Das ist so uncool, dass das passiert ist. Oh, shit, Mann. Er ist so slow, ja. Er ist so clever. Boah, der Himmel, Junge. What? Ach, du Scheiße. Ist das schön. Wow. Harry, MJ. Ich hab das Serum. Bin unterwegs zur Emily May. Wie ist es gelaufen? Richtig gut. Mit Craven wurde es ein bisschen heftig. Er ist irgendwie stärker, als er aussieht. Ganz schön schräg. Hey, Hauptsache, dir geht's gut. Und du hast das Serum. Super gemacht, Kumpel. Ich bereite alles vor. Wie lief es wirklich? Es war total. Ich wollte Harry nicht beunruhigen. Craven weiß jetzt, dass bestimmte Frequenzen beim Anzug zu Fehlfunktionen führen. Wie schlimm ist die Fehlfunktion? Geht so. Aber ich schaff das schon. Geht so. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Aber pass doch draußen auf dich auf. Erzählst du mir, wie es im Labor war? Natürlich. Bis bald. Wow. Junge, die Schönheit dieser nächtlichen Stadt. Das ist so geil. Das ist immer wie so eine Umarmung. Als würde ganz New York dich umarmen. Oh ja. Auch die vielen Ratten, die hier wohnen. Menschliche wie tierische. Wow. Das war krass. Das war sehr, sehr viel. Und es fehlen irgendwie 11 Punkte oder so. 21 Punkte. Level Up wurde nicht gegönnt. Haben wir noch einen neuen Anzug dazu bekommen? Oh. Who this? Anti-Ock-Anzug. Das ist der vom Finale, vom Ersten. Nein. Wie cool. Das ist ja echt nice. Und bei Miles? Miles? Na gut. Der war jetzt auch länger nicht auf der Bildfläche. Ah. Fancy stuff, Junge. Kriegen wir noch ein höheres Gebäude? Bisschen schönerer Aussicht hier. Das war ja wieder ein absolutes Fest heute, Mann. Hui. Spätestens jetzt sollte man eigentlich mal drüber nachdenken. Ja, gerade unser Wissenschaftsteam hier, ne? Dass es halt gar kein Anzug ist. Aber wer weiß, bei dem, was wir sonst so gehört haben bei Harry. Okay, Freunde. Meine Feeds explodieren gerade wegen dieser Sache draußen in Jersey. Ein Brand im alten Zoo? Eine geheime Jägerbasis? Und Spider-Man probiert den schwarzen Anzug seines Kumpels an? Da draußen gehen abgefahrene Dinge vor sich, Leute. Ich kann die Aufregung um den neuen Schwarz- ist das neue Schwarz-Look verstehen. Er ist ja auch krass, aber... Aha. Ist der nicht auch ein bisschen Debrie für unseren freundlichen Helfer aus der Nachbarschaft? Nein? Findet ihr nicht? Na schön. Ihr wollt hören, was Sache ist und ich bemühe mich nur abzuliefern. Passt auf euch auf. Ey, diese Optik gerade, oder? Ist das krank, Mann. Die würde ich mir echt gern ausdrucken und auf ein Brot schmieren. Aber ja, bei allem, was bei Harry jetzt los war, bei allem, woran die forschen, ist, glaube ich, so ein auf Schallwellen reagierender, weirder, wobbelnder Exo-Anzug. Tatsächlich etwas, wo man einfach nur noch sagt, okay, lol. Aber ja, irgendwie ging es auch so oft um Wissenschaft und Forschen und bisher haben wir noch nichts damit gemacht. Nicht mal unter das Mikroskop geschoben oder so. Vielleicht, weil wir hoffen, dass das alles im Rahmen von Harrys Wunderheilung ausreichend erforscht wurde und jetzt halt einfach so ist. Tja. Den Move noch probieren. Oh, das könnten wir natürlich noch tun. Das war einfach mit Peter hier runterspringen. Oder ich muss es noch schneller kombinieren. Na, ein Try mache ich mal noch so runter. Und Viereck. Oh! Wait, wait. Wait, wir haben den Zauberwürfel gelöst. Wait a minute. Wir haben den Zauberwürfel gelöst, bevor wir Qualfeuer aufgeschlagen sind. Okay. Okay. Das ist wild, ja. Das war der Hidden Move, den wir uns noch angucken wollten. Und wir haben den Zauberwürfel. Okay. Vielen Dank.